Die DM Drogerie Mark GmbH & Co. KG ist ein deutscher Drogeriekonzern. Mit 3.149 Filialen und 52.587 Mitarbeitern ist DM der größte Drogeriekonzern in Europa. Konzern, Unternehmensgeschichte Das erste Geschäft eröffnete der Firmengründer Götz W. Werner 1973 in Karlsruhe. Neben dem Gesellschafter Werner gibt es seit 1974 mit Günter Lehmann in der Kommanditgesellschaft nur einen Mitgesellschafter. Anfang 1976 erfolgte der Markteintritt in Österreich. Aufgrund seiner Unternehmensgröße wurde DM Deutschland mitbestimmungspflichtig und gründete im September 2002 einen Betriebsrat sowie im Frühjahr. 2003 auch einen mitbestimmten Aufsichtsrat mit acht Arbeitnehmervertretern. 2008 übernahm Erich Harsch nach 27 Jahren Betriebszugehörigkeit die Geschäftsleitung und löste damit Firmengründer Werner ab, der in den Aufsichtsrat wechselte. Im August 2010 gab Unternehmensgründer Werner bekannt, dass er seine Unternehmensanteile in eine gemeinnützige Stiftung eingebracht hat. Götz Werners Sohn Christoph wurde 2011 in die Geschäftsführung aufgenommen. Im Januar 2013 nahm das Unternehmen im Ranking der 500 größten Familienunternehmen der Zeitschrift Wirtschaftsblatt Platz 18 ein. Die Unternehmenskultur ist geprägt von flachen Hierarchien mit dialogischer Führung und großen Entscheidungsspielräumen der Mitarbeiter. Nach eigenen Angaben räumt der Unternehmensgründer Götz Werner dem Arbeitsklima einen höheren Stellenwert ein als dem Profit. Deutschland Im Geschäftsjahr 2013 für Zehntel erwirtschaftete DM Deutschland einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro und beschäftigte 36.216 Mitarbeiter in 1.622 Märkten. Seit 1986 wurden bei DM Eigenmarken eingeführt. Balear wird für Produkte der Körperpflege verwendet. Im Jahr 2008 gab es 21 Dezimeter Marken mit insgesamt 2.600 Produkten in fast allen Sortimentsbereichen. Dieses Produktsegment erwirtschaftete 2004 etwa 30 Prozent des Gesamtumsatzes. Zwischen 2006 und Ende 2012 bot DM einen Bestell- und Abholservice für apothekenpflichtige Arzneimittel in Kooperation mit der niederländischen Versandapotheke Europa Apotheek Winlo an. Seit Januar 2013 besteht eine Kooperation mit der Schweizer Versandapotheke zur Rose AG. Einen immer breiteren Raum im Verkaufssortiment nimmt die Bio-Abteilung ein. Hier werden auch Produkte von Alnatura vertrieben. DM war bis 2014 deren mit Abstand größter Handelspartner. In diesem Jahr entschied DM die Eigenmarke DM Bio einzuführen und deswegen nach und nach viele Alnatura-Produkte auszulisten. In Deutschland ist DM seit 2010 die größte Drogeriemarktkette nach Umsatz. Zweiter war bis zur Insolvenz. 2012 Schlecker auf Platz 3 folgte Rossmann. Nach der Zahl der Filialen führte Schlecker. Nachdem etwa 30 Jahre lang eine informelle Marktaufteilung zwischen dem drittgrößten deutschen Drogerieunternehmen Rossmann und DM bestand, setzte etwa seit der Jahrtausendwende ein Verdrängungswettbewerb ein. Während Rossmann bislang den Norden und Osten Deutschlands belieferte und DM den Süden, hat nun Rossmann mit Unterstützung des Hongkonger Konzerns Satchison Wong Pua seine Zurückhaltung aufgegeben. Im Gegenzug eröffnet DM zunehmend mehr Filialen im Norden, insbesondere in den Ballungsgebieten Hannover und Berlin. Nach Angaben des Unternehmens hatte 2007 jede DM-Filiale durchschnittlich 270.000 Euro Umsatz im Monat. Rossmann kam auf 150.000 Euro und Schlecker auf 45.000 Euro je Filiale. 2014 hält DM in Deutschland einen Marktanteil von 23%, 17,5% teilen sich die übrigen Drogeriemärkte. Mehr als ein Drittel der Drogerieartikel werden im Lebensmitteleinzelhandel verkauft, 27% bei Discountern. DM Deutschland hat zwei Verteilzentren in Waaghäusel und Weiler-Swist. Angehende Drogisten können bei DM eine duale Berufsausbildung erhalten. Dazu betätigt sich das Unternehmen im Ausbau von Schulstandorten. Seit dem Beginn des Engagements 1998 ist die Zahl der Ausbildungsstandorte für Drogisten von 8 auf 21 gestiegen. Während man an den Berufsschulen den Schwerpunkt auf eine allgemeine Ausbildung für Einzelhandelskaufleute legt, spezialisiert DM seine Lehrlinge auf drogeriespezifische Fachkenntnisse und nutzt auch unkonventionelle Methoden wie Theaterworkshops, um die rhetorischen Fähigkeiten der Auszubildenden zu steigern. Zwischen 1998 und 2006 wurden bei DM 3500 dieser Auszubildenden übernommen. Seit Herbst 2006 finanziert der Konzern mit der Absicht daraus potenziellen Managementnachwuchs zu rekrutieren. 16 Studienplätze im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der anthroposophisch ausgerichteten Alanos Hochschule für Kunst und Gesellschaft bei Bonn, Österreich und Osteuropa. Günther Bauer, früherer Ruderpartner von DM-Gründer Götz Werner, arbeitete in den 1970er Jahren als dessen Geschäftspartner in der Geschäftsleitung von DM Deutschland. Gemeinsam entwickelten sie den Plan, DM-Drogeriemärkte auch in Österreich zu eröffnen. Zur Vorbereitung gründeten sie am 30. Januar 1976 die DM-Drogeriemark GmbH. Der Markteintritt in Österreich erfolgte schließlich im November 1976 mit der Eröffnung der ersten DM-Filiale in Linz. Eine Selbstbedienungsdrogerie hatte es in Österreich damals noch nicht gegeben. 1981 hatte DM in Österreich die Marke von 100 Filialen überschritten. Seit 1984 werden Drogerie-Lehrlinge ausgebildet. 1987 eröffnete DM in einer Filiale in Innsbruck sein erstes Kosmetikstudio und die erste frische Theke gesunde Pause mit biologisch zubereiteten Säften und Snacks. Im selben Jahr brachte DM mit der Marke Alnatura nach eigenen Angaben als erstes Handelsunternehmen Lebensmittel aus biologisch kontrolliertem Anbau auf den Markt. 1991 wurde in einer Filiale in Salzburg das erste Friseurstudio eröffnet. Ab 1992 begann von DM Österreich aus die Expansion in die osteuropäischen Nachbarländer. Die ersten Auslandsfilialen entstanden in Tschechien, in Ungarn und in Slowenien. Bauer als DM Österreich mit Heigentümer und Mitgründer war bis Ende 2008 als Geschäftsführer von DM Österreich aktiv. Weiterhin ist er Vorsitzender des Aufsichtsrates für die DM-Unternehmen des DM-Teilkonzern Mittel- und Osteuropa und Mitglied des Aufsichtsrates von DM Deutschland und DM Österreich. Die österreichische Zentrale befinden sich seit Ende 2006 in Waldsitzenheim. Im Jahr 2014 betreibt DM 380 Filialen. Die von Deutschland operativ weitgehend unabhängige Konzerngesellschaft ist die am 30. Januar 1976 gegründete DM Drogeriemarkt GmbH mit Sitz in Walds, die über indirekte Beteiligungen mehrheitlich der DM Deutschland gehört. Gesellschafter der DM Drogeriemarkt GmbH sind mit 68% die DM Drogeriemarkt Verwaltungsgesellschaft MbH und mit 32% die Asperg Management AG. Die mit 10. Dezember 1980 gegründete DM Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Walds steht zu 75% im Eigentum der österreichischen DM Holding Gesellschaft MbH und gehört zu 25% der Bauer Vermögensverwaltungsgesellschaft MbH. Die mit 11. Dezember 1980 gegründete DM Holding mit Sitz in Walds befindet sich zu 100% im Besitz der DM Deutschland. Die am 31. August 1981 gegründete Bauer Vermögensverwaltungsgesellschaft MbH mit Sitz in Salzburg steht zu 100% im Eigentum von Familienmitgliedern von Günther Bauer. Punkt. Seit 1. Oktober 1999 ist die operative DM Drogeriemarkt GmbH mit 4% an der Einkaufskooperation Markant Österreich GmbH von nah und frisch beteiligt. DM Teilkonzern Mittel- und Osteuropa der Teilkonzern Zentral und Eastern Europe gehört rechtlich und organisatorisch zum österreichischen Konzernunternehmen. Diesem unterstehen folgende 10 100% Tochtergesellschaften. Seit 1993 DM Tschechien ZTEJ SEM CLOV KEM ZTENA KUPUJ TI 220 Filialen Seit 1993 DM Ungarn ITTV AGY OKNMA GAM ITTV ASAROLOK 254 Filialen Seit 1994 DM Slowenien KUPUJ TAM KJTRN EK AJVELJAM 70 Filialen Seit 1995 DM Slowakei TUSOM CLOV EKOM TUN AKUPUJTM 129 Filialen Seit 1996 DM Kroatien TUSOM CLOV JTK TUK UPUJTM 154 Filialen Seit 2004 DM Serbien TUSOM CLOV EK TUK UPUJTM 57 Filialen Seit 2006 DM Bosnien und Herzegowina TUSOM CLOV JTK TUK UPUJTM 55 Filialen Seit 2007 DM Rumänien AICIA MARE GAS ESC AICIA CUMPAR 66 Filialen Seit 2009 DM Bulgarien KMOB EK KARP BAM 46 Filialen Seit 2012 DM Mazedonien T7 Filialen Stand jeweils zum 30 Analoges wie bei DM Deutschland gilt auch zur Vertriebsstruktur Die Belieferung der österreichischen Filialen erfolgt über das Verteilzentrum in Enz In Ungarn befindet sich das Verteilzentrum für die Logistik des Teilkonzerns Central & Eastern Europe Das im Frühjahr 2011 eröffnet wurde Das Sortiment von DM Österreich umfasst rund 14.000 Drogerieartikel Aus dem Industriesortiment davon 22 Eigenmarken werden Artikel aus den Bereichen Schönheit und Gesundheit Baby, Foto und Haushalt sowie Tiernahrung, Kleintextilien und sogenannte Four Seasons Angeboten Schwerpunkte bilden Naturkosmetik und Artikel der gesunden Ernährung wie Z.B. Produkte von Allnatura Filialabhängige Angebote sind Friseur und Kosmetikstudios sowie gesunde Pause frische Theken Die drei Marktführer des Jahres 2011 DM Schlecker und Bipa erreichten zusammen 80% Marktanteil am österreichischen Drogerie-Einzelhandel